Die Schleimhaut hat drei Schichten, das Epithelium mucose, die Lamina propria mucose und die Lamina muscularis mucose. Die Tunica submucosa, das ist ein sehr lockeres Bindegewebe mit vielen Gefäßen und gemischten Speicheldrüsen, überwiegend mucöse Drüsen. Die Tunica muscularis mucose hat zwei Subschichten, zirkuläre und longitudinäre Schicht. Zwischen den zwei Hauptschichten, wir sehen auch hier den Plexus submucosus. Das Epithel der Schleimhaut ist ein mehrschichtiges, unverhorntes Plattenepithel mit vielen Bindegewebspapillen, wo ich zeige, dieser Anteil, das ist die richtige des Epithelst, wo wir, wo der schnittebene perpendicular zu Oberfläche liegt. In diesem Bereich schnittebene live schräg, deswegen wir sehen viele querschnitte von den Bindegewebspapillen. Lamina propria mucose und lamina muscularis mucose. In der Tunica submucosa liegen gemischte Speicheldrüsen, die überwiegend mucöse Drüsen sind. In diesem Fall diese mucöse Drüsen, die sind ein bisschen grau-blau, weil die Schnitte waren nicht optimal differenziert nach der Hämatoxin-Färbung. Wir sehen doch, dass die mucöse Drüsen sind, weil die Zellkerne liegen basal und die Drüsen und den Tubulo-Alvore und wir sehen auch das Lumen. Zwischen den zwei Hauptschichten sind die Elemente vom Plexus myantericus. Hier sehen Sie Nervenzellen. Die sind multipolare Nervenzellen, 50 bis 100 Mikrometer groß. Größe können Sie aufgrund von roten Blutkörperchen beurteilen. In manchen unserer Schnitten, wir sehen auch besondere Elemente, wie einen relativ großen Nervenquerschnitt. Das kann der Nervus vagus sein und ein Schnitt von einem kleinen Lymphknoten mit der Bindegewebskapsel, Cortex und Medulla. Perifere Nerv, Epineurium, Nervenfasern bündeln mit Perineurium umgeben. Innenhalb von Nervenfasern bündeln haben wir die Nervenfasern, die die Axone mit Scheide umgeben sind. Zwei kleine Arterien, eine Vene und eine noch kleinere Vene mündet gerade ein. Die Neue Papier Untertitelung des ZDF, 2020